gut vier wochen noch mal vier tage gemacht im april und danach hatte ich knapp neun kilo abgenommen die blutfettwerte sind entschieden besser ja alle nieren funktionswerte alle alle blutwerte sind im besten bereich für unser alter ausgesprochen gut habe mich dabei wohl gefühlt wohler als vorher jedenfalls legisan in meiner familie verteilt und die erfolge die meine geschwister mir mitgeteilt haben das abnehmen mit sport effektiv dazu ist es noch besser als wer bock hat und wer motiviert es kommt einfach vorbei und wir nehmen euch gut auf